Herr Bundesrat Schneider-Oman, die Lohnschäde in unserem Land geht immer mehr auf. Darum möchte ich im Namen der SP an Sie appellieren. Sagen Sie Ja und Nicht Nein zur Initiative der SP. Unser Land braucht den Mindestlohn. Sehr geehrter Herr Löffer, gerade in der heutigen Zeit kann ich Ihr Anliegen nicht gut nachvollziehen. Vor allem nicht aus wirtschaftlicher Sicht. Darf ich Sie im Zusammenhang mit Mindestlöhnen darauf hinweisen, dass um Kassiererin, 4.000 Franken, Chauffeur, 5.000 Franken, Putzfrau, 4.000 Franken. Davon kann kein Mensch leben in unserem Land. Herr Löffer, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir Bundesraten, dass wir Bundesräte auch keinen Mindestlohn haben. Ich zum Beispiel verdiene nicht mehr als 3.000 Franken am Tag. Ich versichere Ihnen, dass die Lohnschere in unserem Land, sofern die Lohnschere überhaupt existiert, nicht weiter aufgehen wird. Oh, sehen Sie, Bikini-Girl der Unia, 4.000 Franken. Das ist einfach ungerecht und für eine soziale Schweiz nicht vereinbar. Liebe Eidgenossinnen und Eidgenossen, hören Sie nicht auf Bundesrat Schneider-Ammann. Sagen Sie Ja zur Initiative der Aspe. Unser Lohn braucht den Mindestlohn. Unser Lohn. Unser Lohn.